so heute mal meinen pögelten schinken anschneide der ist schon geräuchert wir waren jetzt zwei wochen urlaub habe ich noch in vakuumiert guck mal wie der jetzt ist das ist ja wahnsinn der riecht ja lecker das sieht ja lecker aus schneiden wir mal ein stück ab doch das sieht ja besser aus wie vom geschäft das sieht ja klasse aus klasse perfekt